Moin YouTuber ist der Burst Phil Mount Sonntag Fürst der Finsternis Yeah bei Dungeon Defenders und es geht weiter Leute ey wir sind gut drauf wir haben Bock auf das Game Part 7 Yeah und das Level heißt Fürstenhof Alles klar Ach du Scheiß Ja Das ist auch wieder so ein Level Wo am besten nur der Ritter braucht Ja okay Da stand gerade Vorsicht vor den Vivern Mh Schmao Also würde ich sagen Wir passen auf Da kommen Vivern Vivern ich habe das vorhin anders erklärt Das sind die Drachen Also wo ich vorhin Drachen zugesagt habe Das sind Vivern Und Die Aussage Vorsicht vor den Vivern Bedeutet dann wohl Dass hier keine kommen Sehr gut Ich muss da auch erst mal Rater Rater Oh Mann Na gut ey Okay Ey wie bauen wir hier am besten? Wollt ihr nicht? Pfeil und Bogen War das nicht an den Treppen jeweils eine Abprallblockade? Ja nicht dass die da runtergekickt werden Bin eher dafür Wir machen das jetzt mal so Und da unten bauen wir dann einfach Hier so eine Harpune hin und gut Das muss man im Harden Mode anders bauen Das ist mir auch klar Da brauche ich auch dieses andere Geschütz Was ich noch nicht habe Da braucht man diese Drehklinge Die muss man hier hinsetzen Dann muss ich jetzt mal ein bisschen improvisieren Ich glaube da bist du als Mönch Gar nicht so verkehrt hier ey Wenn du hier unten Ich weiß gerade nicht wo du bist Wenn du hier irgendwie deine Schnupsis hinbaust oder? Ja weil ich habe dir meine ganze Mana zugeworfen Also Und hier oben würde ich keine Ahnung Kanonenkugeln vielleicht sonst noch? Na komm Also ich würde hier an den Treppen Genau würde ich sowieso Kanonenkugeln hinbauen Jeweils zwei dann ne? Wahrscheinlich ne? Wir müssen jetzt mal gucken Also das kann ich mir gar nicht leisten Ja eine ist auch schon Eine ist besser als kein 72 Gegner Ja die Ja die frühstücken wir weg Genau Ich glaube das Problem werden eh die Wiebern sein Und nicht Das Fußvolk da So ja dann lass uns Lass uns einfach erstmal gucken Ich weiß nicht Haben wir irgendeine Kiste vergessen? Ach ladde Wir machen jetzt einfach Ich werde Ne ich habe auch schon geguckt Und eigentlich nicht Ich werde im Level ein bisschen basteln Gucken Ich war im Kreativladen Und habe mir ein bisschen was Am Bastelmaterial mitgebracht heute Das klingt wunderbar Heute bauen wir ein Schiff hier Was? Was? Das ging ja schnell Das ging ja Das ging ja Das ging ja Das ging ja Von vorne kommt jetzt auch eine Viva Die kommen hier aber auch schon hoch Alter ey Oh ey Die laufen hier Scheiße man Ich muss mal schnell Neue Kanonenkugel hin basteln Komm schon komm schon komm schon Komm schon Die Seite auf jeden Fall schon mal gut So Puh Das wird hier aber immer komplizierter So Ja Einfacher wird das echt nicht So wie macht man das nochmal hier mit den Viva Ich glaube man musste irgendwie Die Die Harpune Hier hinten hin bauen oder? Also ich glaube ich würde eine Harpune direkt hier Ähm Der vor oder der hinter bauen oder? Genau Wo du jetzt stehst oder davor oder Also auf jeden Fall eine die direkt den Kristall beschützt oder? Achso Äh ich hab jetzt vom Kristall Ah warte Machen wir das anders Ich mach zwei die so schräg weg machen gucken Und äh Habe ich jetzt keine Kisten mehr Ähm Und genau Und eine von vorne die auf den Kristall zielt Ist gut Abfang fallen Ah ich glaube du kannst auch noch gut bauen ne Also Ich Baut werde jetzt nur noch eine Harpune bauen Und dann ist gut Okay Ja dann mache ich Hier deine Schockfallen Money sammeln Aber die Viva Ich glaube das wird das Problem Dein auch schon wieder ne Ach hier nach vorne Von vorne muss ich auch noch die Viva abfangen ne Ja von vorne kommen wir auf jeden Fall auch welche Ja ich sehe schon Komm schon angeflogen Ja ich sehe schon Ah shit ey Äh Äh Ist dieser Kristall Baugrack Okay Wo ist das jetzt? Hinten? Hinten Ja Perfekt Okay Okay Hm Kein Mana mehr Was kostet denn eine Harpune? Ah shit Eine müsste ich noch bauen ey Wie? Ah hier hinten ist schon wieder einer drauf Ah ne Zwei Harpune muss ich noch bauen Muss ja noch eine die auf den Kristall zielt So Das muss eigentlich nicht Geld sein So hier kommt noch ein hin Leute So direkt auf den Kristall Okay Gut Ja Schön Nein Sieht doch gut aus So So Hm Ja Ja Pfff Ah level up Ach Machen wir nachher Okay Und jetzt können wir fast Also du kannst noch ein bisschen basteln wenn du Bock hast Ne ich mach auch gleich weiter Aber ja Reparieren oder Ah bist dabei oder Ja starte einfach oder Ja Reparieren, aufwerten Also am besten erstmal aufwerten ne Ja ja ne klar Also statt Reparieren natürlich Aufwerten Wenn man sich leisten Boah ja komm mal Haufen raus Was Alter Schwede ey Sieht schon geil aus Irgendwie wenn da hier so ein Mega Haufen an Leute kommen Da ist einer durchgekommen Und da ist einer am Kristall Und ich bin tot Echt Ist immer noch einer am Kristall? Das Teil wird angegriffen ey Ich versuche mal hier hinten noch einen Turm hinzubauen So ist der Ninja ey der macht hier alles klar Einschließlich mich Wo ist denn der? Oben rechts Oben rechts Ja oben rechts Norden rechts glaube ich Ne Ne Im Osten rechts Hehehe Fah Südosten So Südosten auf der Kabel Ich sehe kein Ninja Der Wahrig Mann Du bist bestimmt Selbstmorden gegangen ey Du bist das bestimmt immer mit diesen riesen Dynamit Batzen am Rögen Ey Weil extra Mann die Kaputt hier alles Jetzt kommt nicht weil die hier irgendwie Keine Ahnung mal hier bei ihm gespielt Die kuschelt haben Fuck Level Up machen wir nachher Ich drücke direkt auf den Knopf Das ist ja ein ganzer Mut Äh Alles aufwerten und so reparieren Das geht in der Bauphase wesentlich schneller als im Kampf ne Weiß ich nicht ist das so? Ja hab ich das Gefühl jedenfalls Hm So So Stell mit angegriffen Das denn von Start Umfährten Das ist ja auch ja endlich hier habe ich doch gesagt meint er ist noch von letzter oder? weil ich aber trotzdem für der Ninja ein Zauberer ein Zauberer Harry Potter jeden Fall wo ich bin auch schnell aufwerten wie die Kristall wird angegriffen schon ein bisschen Action hier oder? die ganze Zeit reparieren ja so ein kleines bisschen Action ja ja das bringt am meisten Bock wenn man so einen Klumpen sieht mit dem Ritter rein und BAM amok ja ich werde es auch gleich durch hier sind wir so ein Haufen Goblins ich bin auch schon reparieren wieder also wird wohl nichts mehr großartig kommen oder? außer komm jetzt 8 Ober oder so gleichzeitig ey die obwohl es ja schon gleich Welle die letzte Welle hey das ist das ist das ist doch dieser Song der wurde eine Zeit lang naja nicht verboten direkt aber der wurde nicht gespielt weil da diese Überflutungskatastrophe irgendwie war mit der Flutwelle oder? ähm das kann sein ja da haben sie den doch immer nicht gespielt im Radio weil das so die perfekte Welle ey aber ich glaube wenn wir aber ich meine aber diese Band da hier die auch aus dem Norden ist da ähm Revolverheld oder so die hießen zu der Zeit aber irgendwie auch Tsunami glaube ich nein echt und die haben sich dann auch nochmal umgenannt so ja aber obwohl oh das ist natürlich ne sehr dünn ist eigentlich keine Ahnung ob das wirklich jetzt war alles Gerüchte ey aber Sonntag ist zuständig für unsere Gerüchte Ecke aber was interessiert mich auch Revolver hey vor allen Dingen ich finde die ja eher voll schlecht naja meine Musik ist das auch nicht aber ich äh will dir auch niemanden irgendeine Meinung aufzwingen also wenn ihr die gut findet ey habt ihr keinen Geschmack hehehe 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 nein keine Ahnung also ich könnte jetzt so spontan irgendwie gar keine Lieder von denen also ich weiß nicht ist nicht meine Musikrichtung ich bin da eher so auf dem Heino Pfad aber die sind da meiner Meinung nach auf diesen damals wo sie da ihre Fußballlieder rausgebracht haben die ganzen Tag dann da kommt die damit aufgesprungen ah hier Sportfreunde und so oder ja genau hm ich glaube die kam sogar erst zwei Jahre später dann Revolver und so und der war voll sch... dann einfach nicht hehehe ach ne ich will auch nicht den Lester hehehehehe hehehe das ist ja kein Lester ey das ist ja stimmt ist ne Feststellung definitiv ey wo ein Oger NEIN was oh ne jetzt ist hier noch so ein Ninja doch ne Ninja Turtle wo ist denn der Oger ey und da von vorne wahrscheinlich schon ne sehn wie siehst sie nicht ist nicht mein Blickfeld ah ich hab hier noch nen Ninja ey warte mal ich hab hier aber da kommen Viva aber da kommen Viva da kommen mehrere Alter oh ich hab's hier noch mit Leonardo Donatello, Raffaello und Michelangelo zu tun ey ne wo sind die hier oh Kristallwelt eigentlich wie geht das denn ey da ist noch nen Ninja da unten oh der hüpft da mal rum ey Alter ist ne Oger jetzt hallo der ist hier unten ne hab ich schon richtig was reingelotscht ach da ist er mit der Flot hehehe langer Figur da langer Figur ey sehr gut alter ey voll der Fukuhila Oger hehehehe oh da kommen die Viva oh was wir müssen über 6 von mir der Oger ist tot der Oger ist tot ey drück mal schneller ey du machst ja gar nix das hört man hallo hehehehe ey Leute hört ihr das das muss ich mir hier absmashen ey hehehe alter hm 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 es ist auch so genau vorher im Wiener Let's Play trinke ich dann zwei Tage nicht mehr die BD z.B. Armand das auch mal auf eben viel haben wir den meisten doch gut aus freundlich selbst heilt was die Wärmflasche selbst schütteln wir wünschen was das heißt in Polen von vorne alle ja und ich bin rein gefangen BAM ich hab einen Flug eine verpasst so jetzt hier von hinten hab ich nichts gesehen die ganze Zeit ist alles ruhig hin oh ich seh hier nur noch Grafikfetzen das ist eine Schlachtlolle wir haben es ja fast geschafft die letzten paar das ist die Endwelle oder ah na guck mal jetzt noch drei Gegner was hast du denn yeah Leute die Schlacht haben wir hinter uns yeah ja geil geschafft Level Sieg ich weiß gar nicht das war schon kommt hier nach schon wieder ein Endgegner Level ja ich glaub schon cool Leute wir haben es geschafft wir werden jetzt hier wie ihr seht die ganze Scheiße erstmal einsammeln das müsst ihr euch jetzt nicht mit angucken wir sehen uns dann beim nächsten Part wo es dann heißt auf zum nächsten Endgegner alles klar ja 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 Vielen Dank.